So meine Lieben, mein Name und Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Bundesliga Stars und ihr seht schon im Hintergrund, heute also mit dem 20. Spieltag in der Fußball-Bundesliga und ihr seht auch wieder, es gibt was zu gewinnen und da möchte ich mich nochmal auf den letzten Spieltag konzentrieren denn einer unserer Abonnenten hat die Powerbank gewonnen, die es letztes Mal zu gewinnen gab da Grüße an dich, mein Lieber, sehr sehr coole Geschichte, sprich der Gewinn erblieb sozusagen in der Badefamilie das ist doch auch schon mal was sehr Schönes und heute gibt es auch wieder was zu gewinnen beziehungsweise zum Wochenende hin, nämlich den Fitness-Tracker von Dupy wenn ihr teilnehmen wollt, dann schaut in der Videobeschreibung vorbei, da einfach kostenlos bei den Bundesliga-Stars anmelden mich challengen und ihr müsst nicht mal besser sein wie ich, was aber auch nicht schwierig ist und dann letztendlich vielleicht diesen Gewinn abstauben, unter allen Teilnehmern wird der zufällig verlost heißt wie gesagt, ihr müsst nicht mal Ahnung haben vom Spiel, sondern einfach teilnehmen und dann seid ihr vielleicht am Ende der glückliche Gewinner das soweit, schon mal zum Gewinn ich würde sagen, wir starten gleich rein mit den Challenges, Freunde die Challenges vom letzten Spieltag finden wir natürlich wie immer da oben bei der Team-Auswertung okay, wir schauen uns mal zunächst das Team an denn da möchte ich mich heute auch schon mal ein bisschen drauf konzentrieren die Liga ist voll, da haben einige nachgefragt im letzten Part ich habe ja so einen kleinen Hinweis gegeben dadurch, dass die Anzahl an Teilnehmern begrenzt war und ich nicht wusste, wer soll mit rein, wie kann ich das einigermaßen verlösen und da habe ich ja euch das Passwort sozusagen ein bisschen anders formuliert gesagt zumindest so einen kleinen Tipp gegeben und das haben sehr sehr viele gecheckt und die Liga ist damit voll heiß leider Gottes könnt ihr nicht mit in meine Liga aber ihr könnt euch natürlich gerne in den Kommentaren untereinander austauschen in welcher Liga ihr seid, dass ihr da vielleicht zusammenkommt vielleicht gibt es da so eine Bade-Community-Liga wäre auf jeden Fall auch eine sehr sehr coole Sache könnt ihr mir ja auch gerne mal unten reinschreiben ob ihr da Lust und Laune drauf habt beziehungsweise ob ihr euch zusammentun wollt das könnt ihr dann sehr sehr gerne untereinander ausmachen so, wir gucken uns nämlich heute auch wie gesagt die Aufstellung des Teams so ein bisschen an, dass sich langsam aber sicher ganz gut entwickelt bei mir letzter Spieltag, 19. Spieltag war da nicht ganz so top zwei Punkte insgesamt geholt aber ihr seht auch, es war gar nicht so schlecht ich habe nur einfach ein paar Spieler hier nicht besetzt nicht besetzt, nicht besetzt weil ich die nicht auf dem Transfermarkt ergattern konnte weil die jemand von euch mir weggeschnappt hat aber da bin ich momentan schon wieder auf der Suche und schon wieder am Beat, dass ich da auf jeden Fall noch ein paar gute Spieler bekomme gehen wir aber näher später drauf ein wir gucken uns zunächst mal die Challenges an und zwar war der Boni-Sammler die erste Challenge die Bronze-Challenge stelle ein Team auf das mindestens acht Punkte durch erreichte Boni-Sammelfreunde habe ich euch ja vorgestellt, wie ihr das Ganze findet wenn nicht, schaut noch beim letzten Part vorbei wenn ihr das nochmal genauer wissen wollt worum es genau bei diesen Boni geht ihr seht es, neun Punkte haben wir geholt bis auf Alaba, Leroy Sané, Junus Mali, Naldo und Ricardo Rodriguez gut, das sind insgesamt schon fünf Leute aber der Rest hat alle Punkte geholt das sind sogar sechs mit Mkhitaryan Wahnsinn aber wir haben neun Punkte geholt sprich das ist auch schon mal eine richtig, richtig, richtig coole Geschichte da haben wir schon mal die erste Challenge bestanden, Freunde stellt euch das vor letzte Challenge, beziehungsweise die zum 18. Spieltag die sah noch nicht so wirklich toll aus aber die jetzt hier richtig, richtig stark wir gewinnen da schon mal alles, erste Challenge bestanden wir machen weiter bei der Silber Challenge Stelle drei Spieler auf, die zusammen mindestens zehn Torschüsse vorbereiten Müller vier, Mkhitaryan zwei, Kosta acht macht insgesamt 14 Kosta, der mich da so ein bisschen rettet mit acht vorbereiteten richtig, richtig stark 14 heißt die nächste Challenge gewonnen, Freunde und zu guter Letzt die Master Challenge warm geschossen, Freunde guckt euch das an wähle drei Teute aus, welche zusammen mindestens 13 Bälle halten Baumann sieben, Zieler drei Ötchan vier heißt 14 Stück drei Challenges alle drei bestanden, Freunde ist das nicht genial richtig, richtig stark haben wir da agiert ich zeige euch gleich auch mal so ein bisschen mal gucken ja, ich wollte es gerade sagen die Topmanager ich warte auf Rang 10 also die Bilanz die ihr hier seht von Computerlümmel Grüße gehen raus ähm das ist auch die Bilanz die ich momentan habe ich glaube ich komme auch auf neun Punkte wenn mich nicht alles täuscht eins, eins, eins ähm also das mixt ja immer ab und zu kommt man da mit rein dadurch, dass die Punktgleich sind sprich eigentlich kann man sagen sind wir fünfter eigentlich sind wir fünfter Beweisfoto dazu gibt es auch auf Facebook Freunde muss man auch mal dazu sagen so, kleine Info noch ähm was ich das letzte Mal leider Gottes vergessen habe Freunde was ich komplett vergessen habe äh aber was vielleicht für euch noch ganz interessant ist der, ähm der Arne hat mir dann noch nämlich eine kleine Excel-Liste zusammengestellt von Spielern die letztendlich eventuell ganz gut gewesen wären für die Challenge ich gehe dazu nochmal schnell in die Team-Auswertung rein ähm und nehme jetzt mal beispielhaft Jungs, was nehmen wir denn? was nehmen wir denn? wir nehmen mal die Challenge wir nehmen mal die Challenge äh zwei beispielsweise ich hab Douglas Costa mit acht äh Vorbereitungen da hättet ihr beispielsweise noch Kostic aufstellen können auch der mit acht äh Vorbereitungen Latza der Philipp Lahm Freunde der Fipsi ähm hat auch sechs insgesamt vorgelegt vielleicht habt ihr den ja aufgestellt dann seid ihr da ganz gut gefahren Talanoglu auch nochmal mit sechs wäre auch natürlich eine Idee gewesen hab ich gar nicht dran gedacht so wirklich wie Arinha mit fünf und dann gibt es noch einige wie Hand, Yunusovic, Garcia, Traoré, Sané und Pipapo ähm könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben wenn ihr aufgestellt habt ähm was sich da bei euch sozusagen letztendlich rentiert hat ähm wir können nochmal auch ein paar Beispiele geben letztendlich äh vielleicht für diese Challenges wer viele Punkte gemacht hat war für Haag ähm von Augsburg mit drei beispielsweise Zambrano war gut mit dabei Hummels war auch stark mit dabei Hummels haben wir nee nicht den haben wir doch sogar auch aufgestellt oder? Hummels, Hummels, Hummels ja da ist er Hummels mit drei Punkten den haben wir beispielsweise äh da auch noch mit drin sprich auch der hat viele Punkte gemacht dann Werner Mayer alle sahen mit zwei Punkten ich glaub das war soweit von den Spielern äh mit den drei Punkten die ich grad genannt hab Langkamp ist noch mit dabei äh Zambrano wer Haag haben angesprochen Hummels haben wir angesprochen das waren so die Spieler die ihr hättet aufstellen können die die maximale Anzahl an Punkte geholt hätte der Müller auch noch ähm von den Bayern Müller wäre eh eine sehr sehr gute Wahl an sich gewesen insgesamt von den Punkten ne das nur als kleine Info und die Challenge Nummer 3 äh mit den äh Paraden die kann ich euch natürlich auch nochmal eben schnell mitgeben wobei wir haben da haben wir schon mal was richtig Gutes ne da haben wir schon mal was richtig gut gemacht ähm Horn hat drei Punkte geholt Baumann beispielsweise sieben den haben wir ja mit drin Freunde das war glaube ich sogar der mit den meisten ne Adler Adler hat noch acht letztendlich geholt also Adler wäre die beste Wahl sozusagen gewesen aller Torhüter ähm und dann hätten wir beispielsweise noch Karius mit sechs das wären so vielleicht die drei Top Torhüter die man aufstellen hätte können aber ja könnt ihr mal gerne reinschreiben wie es da bei euch ausgesehen hat das nur als kleine Info für euch vorab Freunde so ihr seht es auch hier unten erfolgreiche Challenges der Vorwoche die waren scheinbar nicht ganz so schwierig Boni-Sammler die Bronze-Challenge haben knapp 50% geschafft High serviert die Silver-Challenge auch und die Experten-Challenge mit knapp 60,5% ähm ja ist an dem äh ist auch ein richtig guter Wert vor allem für eine Experten-Challenge und damit sind wir jetzt auch angekommen bei den Spieltag-Challenge für heute wenn ihr wie gesagt mitmachen wollt schaut in der Videobeschreibung vorbei da könnt ihr euch kostenlos anmelden ähm und mich herausfordern und eventuell endlich mal diesen Spree-Manager da vorne überholen Spree-Manager auf 1 Jungs der muss da runter der muss da weg das gibt's doch nicht ähm nee und zwar drei Challenges die diesmal unfassbar schwierig sind ich war jetzt insgesamt glaube ich eine knappe halbe Stunde da gesessen habe mir Gedanken gemacht wie wir das Ganze aufstellen weil es ist wirklich eine brutale Challenge es hat alles so ein bisschen was mit Jahrgang 85 oder älter zu tun sprich mit den alten Hasen ähm und wir beginnen jetzt einfach mal mit der Einsteiger-Challenge Alter Schwäche heißt das gute Stück stelle vier Spieler auf die zusammen mindestens 30 Fehlpässe spielen zur Auswahl stehen Spieler die Jahrgänge 85 oder älter sind und ich muss ganz ehrlich sagen da hab ich mich schon mal unfassbar schwer getan ich fand die Bronze Challenge irgendwie die schwierigste und ihr seht es im Hintergrund das sind meine vier Spieler die ich damals so weit aufgestellt hab äh Clemens Fritz in der Verteidigung ich werd euch das Ganze auch mal anhand von dem von den Beispielen hier zeigen ähm nämlich wenn ihr hier mal nur auf Abwehr sortiert guckt mal das sind die Spieler die man zur Auswahl hat und davon sind auch wiederum äh manche verletzt heißt das sind nicht viele manche spielen gar nicht wie beispielsweise ein Sereno bei Mainz vielleicht ähm das war eine unfassbar schwierige Wahl ich werd das Ganze jetzt mal Bundesliga äh nach Vereinen sortieren ihr könnt das sehr sehr gerne mir auch mal wieder in die Kommentare schreiben wenn ihr aufgestellt habt aber ich hab mich unfassbar hart getan Clemens Fritz ich hab mal ein bisschen nachgestaut von den Statistiken glaub ich auch bei knapp 66, 69 äh Prozent Ball äh Prozent Ball bis jetzt wahrscheinlich ähm äh Passquote heißt nicht so die allerbeste aber Rafinha nicht gespielt zuletzt da war Lahm und Alaba auf dem Platz weiß nicht wie es jetzt aussieht dann mit den ganzen Verletzungen ähm wie die Bayern da agieren aber Rafinha Lahm warum sollen die Fehlpässe spielen wenn überhaupt noch Rafinha wenn Brauer Stranzl auch eher nicht so der Fall Piszczek nein Russ äh auch eher nein würde ich jetzt mal so aus dem Gefühl raus sagen wer hakt Klabern Carlsen Bakajanka weiß ich mir auch enorm unsicher am Ende hat's äh Matip auch nicht hat stark gespielt ähm für die Ingolstädter gegen Dortmund Rita von Schalke wäre da noch mit am Stüssel Spahic der verletzt ist Schulz von Hannover da habe ich lange überlegt ob ich da den Schulz hinstellen soll aber er hat doch eigentlich eine relativ gute Passquote und am Ende ich weiß nicht es ist so ein bisschen Bauchgefühl gewesen dass ich Clemens Fritz aufgestellt hab ich kann nicht wirklich sagen warum ich hab ihn einfach rein ihr könnt ihr wie gesagt sehr sehr gerne reinschreiben wenn jeder aufgestellt hat ich find die Bronze Challenge ist so die interessanteste und schwierigste an diesem Spieltag ähm die es da anzugehen gilt schreibt es mir mal gerne rein ich war mir enorm äh unsicher Mittelfeld hab ich drin Niemeyer von Darmstadt und den guten Freund von den Augsburgern auch da war ich mir nicht ganz so sicher Ivana wäre noch drin gewesen von Darmstadt ich wollte mal gucken ihr seht es auch hier ähm wo haben wir es die Darmstädter spielen auswärts in Hoffenheim das können so ein Grottenspiel werden kann ich mir gut vorstellen ähm Ingolstadt gegen Augsburg könnte auch eher so ein magerer Kick werden wobei beide nicht so schlecht drauf sind vor allem die Augsburger ähm aber nichtsdestotrotz wie gesagt ich weiß es nicht ich weiß es nicht ich weiß es nicht Freunde Gentner hätten wir noch Gentner hatte ich erst drin ähm hab ich mir dann aber doch wieder rausgenommen stattdessen vollen da reingepackt auch im Mittelfeld gibt es nicht so viele Auswahlmöglichkeiten also das ist echt was für Experten diese Woche die Bronze Challenge äh Roger Roger Freunde auch nicht mit drin also das sind so die Auswahlmöglichkeiten aber das seht ihr ja alle selbst und im Sturm hab ich mir noch äh den guten Claudio Pizarro rausgesucht ähm die Bremer spielen auswärts in Mönchengladbach am Freitag schon könnte ich mir gut vorstellen dass da ein bisschen was nicht klappt ich hoffe nur ja Pizarro wird vielleicht nicht allzu lang spielen das ist so die einzige Sorge die ich hab vielleicht ändere ich es noch kurzfristig aber ihr seht schon so viele Möglichkeiten gibt es auch da nicht Kiesling wird denke ich ich weiß nicht mal ob das ist auch eine Überlegung das sehen wir dann bei der Gold Challenge wie spielt Leverkusen zuhause gegen die Bayern weder mit Kiesling und Cicca oder nicht ähm das seht ihr dann bei der Gold Challenge wo ich mir Gedanken gemacht hab Robben nein bei den Bayern Raphael nein glaube ich auch nicht Dortmund nicht Meier bei Frankfurt nein 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 Altintop nicht also es war eine sehr sehr schwierige Entscheidung ich hab mich am Ende auch für Pizarro entschieden mal wieder trifft's die Bremer aber ohne wirklichen Grund ähm fand ich eine sehr schwierige Challenge bin ich sehr gespannt bin ich sehr gespannt was wir draus machen wir machen weiter mit der Silber Challenge fortgeschrittenen äh Challenge routinier äh routinier routinierte Spielmacher stelle 5 Spieler auf die zusammen eine durchschnittliche Passquote von 85% haben also da ist sozusagen das Gegenteil mit äh 5 Spielern oh seht da ah ne doch nicht ich wollte grad zeigen da hab ich gar nicht die Aufstellung geändert aber geht auch gar nicht das geht ja nur bei der Gold Challenge da ist jetzt wieder äh Roger mit dabei Freunde auch das wie gesagt hart getan dadurch dass man ja nur die Spieler zur Auswahl hatte die wir grad auch schon gesehen haben deswegen geh ich die auch gar nicht mehr durch Naldo in der Verteidigung ist einer der safe hinten raus spielt La macht relativ wenig Fehler Xavi Alonso auch so gut wie gar nicht da bin ich mir nur unsicher ob der letztendlich spielt ich hoffe es einfach mal zuletzt hat er ja gekickt ähm von dem her denke ich dass er auch da wieder am Start sein wird und dann auch wieder eher zwei random Vorschläge ähm Roger von Ingolstadt Trochowski von Augsburg auch da war ich mir wieder enorm unsicher aber wie gesagt schreibt mir das mal sehr sehr gerne Svento Lehmann nein Svoto verletzt Hertling keine Ahnung ähm ob der überhaupt spielt weiß ich jetzt gar nicht ob der die letzten Wochen gespielt hat ich glaube war der Mann der ja so ein bisschen unverhofft aus der zweiten rausgekommen ist im letzten Jahr wenn mich nicht alles täuscht und da äh zumindest zum Anfang gleich mal gar nicht so schlecht gespielt hat Ribéry verletzt da ist keiner da ist keiner Hasebe verletzt oder gelb gesperrt ist das glaube ich hier unten ähm Bayer gelb gesperrt da könnte man nur Fäune aufstellen den habe ich aber bei den schlechten Leuten drin ähm und dann ihr seht da gibt es nicht so viel Auswahl also boah das ist meine Truppe auch eine schwierige schwierige Wahl Naldolam Schabier-Lonzo bin ich mir ziemlich sicher Roger auch Trochowski ah weiß ich nicht aber mal gucken das ist zumindest meine meine Ausstellung für die Silber Challenge und wir machen noch das alte Eisen niemals stell ein Spiel auf äh ein Team auf von denen alle in der Startelf ihres Klubs stehen das ist finde ich eine Saugeile Challenge da bin ich auch mal enorm gespannt ob das so klappt ihr werdet es jetzt sehen das ist die Truppe die ich mal soweit aufgestellt hab hab mich hier für ein boah wie heißt die Formation überhaupt äh 3-3-4 3-3-4 entschieden also ihr könnt auch hier die Formationen ändern ähm und ich bin mir ziemlich sicher dass ich die Challenge schaffe ich glaube das ist eher noch die einfachste von allen dreien gehen wir mal das ganze durch Ötchan wird für Ingolstadt spielen außer der wird sich verletzen Matip, Lahm Epishek wird auch auf jeden Fall ganz ganz safe spielen gehe ich auch ganz schwer von aus ähm Lahm sowieso aufgrund der personellen Probleme der Bayern und weil Lahm einfach bombastisch ist Matip gut gespielt gegen Dortmund Bischegger Dortmund insgesamt gegen Ingolstadt so die erste Halbzeit die ersten 60 Minuten gar nicht gut gespielt also in der Halbzeit ich hab mal auf die Tafel geschaut wir waren ja im Stadion was eine richtig coole Erfahrung war ähm die Dortmunder waren glaube ich bei 65 60% Ballbesitz äh Passquote und Ingolstadt war sogar bei 53 wobei die sich auf Konterspiel beschränkt haben und auch wirklich gar nicht so so ungefährlich waren man erinnert sich da an die Szene ähm als vorne Hummels mal so ein bisschen ja ich weiß nicht es war glaube ich sogar noch ein anderer mit dabei das hab ich noch gar nicht im Fernsehen gesehen ähm aber wo man eventuell über Elfmeter hätte diskutieren können Hummels mit dem Eigentor und 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 also Ingolstadt hat die da ganz gut unter Druck gesetzt und ganz gute Chancen erarbeitet am Ende 2-0 verloren war eher unverdient muss man sagen über ja das gesamte Spiel gesehen die letzten 20 Minuten war Dortmund stark war eiskalt aber davor hat das Ingolstadt echt richtig richtig stark gemacht es war zwar ein eher Grottenspiel aber ja Ingolstadt hat genau sowas gewollt hat genau das Unentschieden gewollt und von dem her richtig gut am Ende gekickt sprich das ist meine Abwehr im Mittelfeld habe ich Xabi Alonso Roger und wie der Gentner aufgestellt die drei ähm Xabi Alonso da bin ich mir noch so ein bisschen unsicher ob ich das Risiko gehen soll aber eigentlich spielt er ja schon eigentlich spielt er ja schon der Kollege ähm wir können da nochmal das Ganze schnell durchgehen ob ihr da vielleicht nochmal einen anderen hättet den ihr vielleicht aufstellen würdet aber Drochowski hätte ich da noch am überlegen oder war ich noch am überlegen aber gut das wäre soweit die Truppe Niemeyer Niemeyer wird eigentlich spielen aber ich glaube ich lasse es mal so und im Sturm letztendlich dann noch Raphael Galou Meier und Hüntela ich denke das ist auch eine Vierertruppe die da auf jeden Fall kicken wird ähm da war nämlich erst bei mir Kießling mit am Start und dann dachte ich mir warte mal die Bayern spielen auswärts in Leverkusen ich glaube zwar schon dass Leverkusen mit Kießling und mit Chica spielt sprich mit einer Doppelspitze oder irgendwie zumindest hängende Spitze und Stürmer ich weiß es nicht aber zumindest mit beiden war mir dann aber noch nicht zu 100% sicher ich habe mir gedacht dann stellst du lieber Kalou rein der wird safe spielen ähm die Berliner zu Hause gegen Dortmund wird da wahrscheinlich die hängende Spitze machen gehe ich mal schwer von aus und ja das ist meine Aufstellung das ist soweit die Truppe für die ähm Gold Challenge die ich da soweit aufgestellt habe und damit kommen wir jetzt noch zu dem Thema ähm um das es sich heute auch so ein bisschen vermehrt drehen soll wo sich einige gefragt haben Mensch wie läuft das Ganze jetzt ab wie hast du eigentlich deine Truppe aufgestellt ihr seht's ich habe ähm Kraft im Tor ich habe mit Piszczek Papa und Schmelzer vier äh drei Torten in der Innenverteidigung oder allgemein in der Verteidigung ähm liegt auch daran zum Teil dass ich manche schon von Anfang an hatte ich glaube es war Papa und Schmelzer die ich schon von Anfang an mit am Start hatte hat's äh Brooks habe ich mir dazu gekauft bin ich mal gespannt die Berliner ja äh ganz gut gewesen wird jetzt natürlich interessant gegen Dortmund mit Brooks dass der dann ein paar Special-Punkte sammelt aufgrund von keinem Gegentor wird schwierig ich hoffe einfach mal dass entweder Dortmund oder Berlin kein Tor schießt am besten äh Berlin dann kriegen wir hier sehr sehr viele Boni-Punkte ähm wie schon auch zuletzt da gucken wir uns vielleicht gleich nochmal das ganze an vorhin im Mittelfeld Hasebe der gelb gesperrt ist aber da habe ich keinen Ersatz momentan Obermeerang vorne drin S1 auf links ich habe hier mal auf dem 4-3-3 umgestellt und ich bin momentan auf der Suche äh nach ein paar neuen Spielern Baumgartlinger möchte ich mir holen fürs Mittelfeld und den guten Veda Ivisevic vorne rein für den Sturm ich kann euch das Ganze auch mal hier zeigen wir machen mal nach Preis sortiert wer noch auf dem Markt ist Ilkay Gündogan Rossi Drimic vom HSV ist auf dem Markt kann man sich holen in unserer Liga sehr sehr interessant da übrigens Brooks ihr seht es auf der rechten Seite geholt für 3,889 Millionen am 2.2. sprich gestern Kolasinac war auch noch sehr interessant habe ich mir erst überlegt aber weiß ich noch nicht so ganz weiß ich noch nicht ganz Langerak Kor und so weiter und so fort Rosenthal das wäre auch vielleicht nochmal so eine Option ich glaube da biete ich sogar mal drauf oder soll ich auf Rosenthal bieten lasst uns mal hier nur Mittelfeldspieler angehen dadurch dass wir da eh noch einen brauchen aufgrund unserer großen verletzten Liste ähm Injowski ich glaube ich biete das sogar mal auf Rosenthal Freunde lasst uns mal auf Rosenthal bieten so als Ersatz oder vielleicht doch von Beginn an ich weiß es nicht aber die 3 werden wir kriegen wir nicht schlecht hier oben haben wir unseren Kontostand von knapp 7 Mille die wir noch übrig haben das wäre jetzt schon wichtig dass wir da mal ein bisschen vorankommen dass da mal ein bisschen was vorangeht Freunde ne das wäre nicht schlecht wir gehen jetzt nochmal schnell den 20. Spieltag ab vielleicht auch so ein bisschen mit meinen Tipps ähm wie das Ganze aussieht ich hab mir eh überlegt wenn man das Ganze von Beginn an gestartet hätte also wirklich mit dem ersten Spieltag hätte man da gleichzeitig noch so eine Kicktipprunde machen können können aber mal gerne in die Kommentare schreiben ob wir da irgendwas in die Richtung angehen sollen aber Stand jetzt schreibt mir einfach mal so eure Tipps rein wenn ihr die loswerden wollt wenn ihr denkt ihr seid der Experte Freunde äh Gladbach gegen Bremen das Ganze mache ich relativ spontan äh hab mir bisher noch keine Gedanken gemacht ich sag ein 2 zu 1 für Gladbach für Gladbach auch wenn Bremen zuletzt gewonnen hat Gladbach verloren hat ich glaub das dreht sich wieder 2-1 für Gladbach Hertha gegen Dortmund tippe ich auf ein 1 zu 3 für den BVB der jetzt wieder so ein bisschen mehr in Schwung kommt nach dem eher klanglosen und sang- und klanglosen Auftritt gegen Ingolstadt auch wenn man am Ende gewonnen hat aber spielerisch war das äh Käse wobei da muss man auch dazu sagen der Platz war ja scheinbar sowas von glatt und rutschig das gibt's ja gar nicht das ist ja jede 2 Minuten ist einer weggerutscht unfassbar ähm Chi-Chi an den äh an den Goalkeeper an den Greenkeeper so wobei es hat auch unfassbar geregnet da kann er relativ wenig machen Schalke gegen Wolfsburg tippe ich auf ein 1 zu 1 unentschieden Frankfurt gegen den VfB Stuttgart das geht mal ganz geschmeidig 0 zu 1 aus Stuttgart gewinnt mal wiederholt glaub ich dann den 4. Sieg in Folge wenn mich nicht alles täuscht Ingolstadt mit der guten Leistung gegen Dortmund Frage ist wie man das vielleicht gegen eine nicht ganz so spielstarke Mannschaft äh umsetzen kann wie der FC Augsburg tippe ich aber auf ein 1 zu 1 unentschieden Hannover gegen Mainz äh sorry Max Gaming es tut mir leid aber da gehagelt die nächste Niederlage für Hannover 0 zu 2 die Mainzer holen sich ähm am Ende den Ziel klettern weiter und ja versuchen Richtung Europa reinzukommen reinzurutschen Leverkusen gegen die Bayern sehr sehr interessant die Bayern ohne Boateng die Bayern mit Tusky den sie gekauft haben auch da vielleicht nochmal so ein bisschen meine Meinung Tusky auf den ersten also auf den allerersten Blick denkt man sich ja gut Tusky okay was haben die Bayern vor auf den zweiten Blick ist es aber der Spieler den man vielleicht als einzigen Spieler ähm holen konnte der wirklich allen Ansprüchen entspricht ne ich weiß gar nicht wie man es beschreiben soll aber Tusky der in der Bundesliga gespielt hat Tusky der ein paar Kollegen aus der Nationalmannschaft kennt Tusky der international sich zumindest ein bisschen auskennt und Tusky der dann letztendlich auch so ein bisschen auf dem Markt bei dem man sich holen konnte äh als ich gelesen habe die Bayern holen sich einen ähm mit diesem Profil hab ich erstmal so ein bisschen ganz ganz kurz äh Wimmer war ja im Gespräch gedacht Merz ist Acker und Emre Can wobei Emre Can eher weniger ne und bin ich auch froh dass Can oder so nicht gekommen ist wer weiß ob die also waren wahrscheinlich eh nicht dran aber das waren so meine Gedanken äh an Tusky hab ich da gar nicht gedacht aber erster Blick grad das was ich formuliert hab zweiter Blick wiederum wie gesagt ne eigentlich ne gute Verpflichtung also ne gute Verpflichtung in dem Sinne was der Transfermarkt hergibt ne dass jetzt Tusky kein Weltklasse-Spieler ist ich glaub da brauchen wir nicht drüber diskutieren aber von dem was der Transfermarkt da hergegeben hat auf die Schnelle kurzfristig und so weiter und so fort glaub ich war das noch so ziemlich das Beste was die Bayern haben holen können bin auch mal gespannt wie sie jetzt dann spielen werden ob dann vielleicht Alaba mal mit in die Mitte rutscht ob man mit Tusky dann in der Mitte plant bin ich mal sehr gespannt könnt ihr mal auch mal sehr sehr gerne eure Meinung zu diesem Thema in den Kommentaren da lassen was vielleicht auch noch ganz interessant ist was momentan in China auf dem Transfermarkt abgeht das ist nicht mehr ganz feierlich ich guck jetzt mal eben schnell nebenbei damit ich vielleicht wirklich die perfekte Summe hier euch präsentieren kann jawohl 42 Millionen Jackson Martinez wechselt äh nach China das ist unfassbar das ist das ist krass das ist krass aber da bin ich da könnt ihr mir auch mal gerne eure Meinung da lassen was würdet ihr sagen Jackson Martinez jetzt bin ich mir gerade gar nicht sicher wie alt der Kollege ist ähm 27 28 würde ich jetzt mal so schätzen ich scroll mal durch und labere dementsprechend ein bisschen ähm oder sehe ich es da sehe ich es da ne ne sehe ich nicht sehe ich nicht ähm aber was ist da eure Meinung sagt ihr da das ist so ein Angebot das musst du nehmen nimm das mit Martinez ähm und wechsel dahin nimm die Kohle mit der ja sicherlich nicht allzu schlecht verdienen wird ähm nimm die Kohle mit der ist übrigens 29 Jahre sprich eigentlich im besten Fußballalter auf dem Weg so ein bisschen Richtung Rente in den nächsten 3-4 Jahren so ganz ganz grob jetzt mal gesagt nimm das Geld mit oder sagt ihr nee komm sportlich Fußball ähm es geht um ums Spielen nicht um Geld verdienen jetzt mal ganz übertrieben gesagt bleib lieber bei Atletico oder wechsel sonst wohin wo du wo du ein bisschen mehr im Blickpunkt bist und wo du mehr spielst und vielleicht Champions League spielst und 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 bin ich mal sehr gespannt das ist ja mal so ein ganz ganz heikles Thema ähm von dem her ich bin mir auch unsicher was ich davon halten soll dadurch dass er in Anführungszeichen erst 29 ist aber gut letztendlich können wir da nicht mitreden das ist die Entscheidung vom lieben Martinez und dann soll er machen was er will aber schreibt das gerne mal rein so ich weiß gar nicht mehr wo wir stehen geblieben waren bei den Tipps glaube ich oder habe ich schon alles getippt ich glaube nicht ich glaube nicht äh Bayern gegen Leverkusen habe ich da schon jetzt getippt wahrscheinlich habe ich schon getippt und tippe jetzt wieder was anderes das wäre toll äh ne ich tippe auf ein 0 zu 2 die Bayern gewinnen das Hamburg gegen Köln da gibt es letztendlich ein wunderschönes 0 zu 1 die Kölner holen sich den Sieg in Hamburg ähm die Hamburger damit mit der ersten Niederlage seit lange oder zumindest mal wieder mit einer Niederlage ich weiß gar nicht wie die letzten Spieler gekickt haben aber auf jeden Fall nicht so schlecht und Hoffenheim gegen ne gegen die Bayern haben es ja zum Beispiel schon mal verloren aber das nimmt man gar nicht so als Niederlage wahr dadurch dass es nur ein 1 zu 2 war ähm Hoffenheim gegen den SV Darmstadt 98 da tippe ich noch auf ein schönes 1 zu ne 0 zu 1 Darmstadt holt sich die Kirsche 0 1 Darmstadt gewinnt sprich das sind meine Tipps schreibt eure gerne mal in die ähm in die Kommentare unten rein und ich würde sagen wir gucken jetzt nochmal schnell rein in die Ligaübersicht ich begrüße nochmal alle die da mit am Start sind Freunde FC Lortakuna Monaten FC Hacker die Bayern Athletico Hannover LM Sports Tigers Leipzig Max RBL Kuni Team DS8 Geilomatico We are AC Milan Heiko Heiko Geile Name BTSV Ultimate und Bayern herzlich willkommen in der Liga ihr seht auch da nochmal die Challenges wer die erfolgreich abgeschlossen hat Hakuna Monaten beispielsweise dreimal alles gut die Bayern gewinnen da alles wir gewinnen alles also drei Mannschaften oder drei Manager haben alle Challenges soweit geschafft auch schon mal sehr interessant ähm und wir stehen momentan auf Rang 13 was leider Gottes so ein bisschen daran liegt dass wir einfach nicht viele Punkte machen was das Team angeht ähm aber da bin ich ja momentan am Bauen und eventuell kriegen wir das hin für den nächsten Spieltag wir schauen nochmal rein ob wir zufällig überboten worden sind äh Höchstbieter 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 auf dem Markt sind glaube ich soweit auch keine neuen da muss ich nochmal abklären damit ich euch das vielleicht mitgeben kann wann da immer neue Spieler drauf getroppt werden ähm wobei die kommen ja meistens dann von den anderen Vereinen hier beispielsweise bieten die Bayern auf Suttner von ähm Ingolstadt die Bayern noch auf Uchida aber Uchida ist glaube ich jetzt war der schon drauf weiß ich nicht und Amiri also die Bayern im Kaufrausch Freunde die Bayern im Kaufrausch in dem Sinn Jungs schauen wir nochmal rein in die Ligaübersicht äh und dann würde ich sagen war es das fast soweit mit diesen Partys ich weiß nicht ob ich noch irgendwas ansprechen wollte ich glaube soweit nicht ich glaube soweit nicht Freunde ich glaube soweit nicht erste Badeliga so Jungs da haben wir nochmal das Passwort aber wie gesagt da kommt leider Gottes jetzt keiner mehr rein ähm dadurch dass die Liga voll ist und in dem Sinn würde ich sagen gehen wir nochmal auf den Homebildschirm Jungs wenn ihr mitspielen wollt könnt ihr euch kostenlos anmelden der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung schaut sehr sehr gerne vorbei challenged mich schreibt eure Challenges beziehungsweise eure Ausstellungen in die Kommentare lasst uns diskutieren und in dem Sinn wünsche ich euch einen wunderschönen Tag wenn es euch gefallen hat lasst den Daumen nach oben da wenn ihr mehr sehen wollt lasst ein Abo dann verpasst nichts und jetzt heißt es anmelden und eventuell den Gewinn im Hintergrund abstauben Freunde in dem Sinn macht's gut heute rein bis dahin euer Wadeschlappen Servus AS bye d d d d Vielen Dank.